In den heutigen Vivi News, Payout ist wieder zurück, außerdem eine Pixar, auch Vivi ein Comeback und kommt mit dem nächsten Drop um die Ecke und wir schauen uns auf jeden Fall an, was es mit dieser Phase 2 vom Whitelisting auf sich hat, das und sehr viel mehr heute in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin sein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Das heißt, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann solltest du das jetzt auf jeden Fall machen, denn so verpasst du dann auf jeden Fall keine weiteren News. Jetzt würde ich aber sagen, let's go up ins Video. An dieser Stelle ganz kurz einmal deine Aufmerksamkeit, denn jetzt bevor wir die Vivi News starten, gibt es noch ein ganz kurz wichtiges Thema, was mir persönlich extrem am Herzen liegt und ich möchte an dieser Stelle einfach meine Reichweite nutzen, um hier wirklich so vielen Menschen wie möglich zu helfen und deswegen würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du diese ganz kurzen 2 Minuten bis 3 Minuten hier auf jeden Fall ganz kurz anschaust und dir dann deine eigene Meinung bzw. deine eigene Entscheidung darüber triffst. Und das ganze Video heute starte ich an dieser Stelle einmal mit einer Bitte an euch, denn ich glaube, jeder hat das von euch mitbekommen, das Erdbeben in dem Raum Türkei, Syrien ist natürlich einfach eine Sache, die wirklich hochdramatisch ist und wahrscheinlich für uns teilweise nicht wirklich nachvollziehbar ist, was da wirklich bei den Menschen einfach auch los ist, emotional. Und wir haben auch einige Community-Mitglieder, die zum Beispiel aus der Türkei kommen bzw. dort auch noch Familie in der Türkei haben. Und mein Anliegen an euch ist es auf jeden Fall hier, wenn ihr 5, 10 Euro übrig habt, hier auf jeden Fall bei einer Spendenorganisation, die euch natürlich auch zusagt zu spenden, denn im Endeffekt, das ist tatsächlich wirklich eine humanitäre Sache und keine politische, wie zum Beispiel beim Ukraine-Krieg, wo einfach sehr viel Politik auch einen Einfluss hat, sondern bei diesem Ereignis sprechen wir wirklich von einem rein menschlichen Akt, hier diesen Menschen zu helfen, sei es mit Lebensmittel, Kleidung oder sowas zu spenden oder halt auch Geld zu spenden an Organisationen, die dann das Nötige besorgen. Einige dieser Organisationen habe ich euch hier einmal auch rausgesucht, zum Beispiel auch in Kombination mit Leuten aus der Türkei, die mir auf jeden Fall hier gesagt haben, dass das auf jeden Fall unter anderem auch eine Seite ist, die relativ vertrauenswürdig ist, wo die Gelder dann auch dort landen, wo sie landen sollen. Hier an dieser Stelle zum Beispiel einmal das AFAD, beziehungsweise die AFAD-Organisation, das ist im Prinzip eine Organisation von Regierungsebene, die auf jeden Fall hier für den Katastrophen und auf jeden Fall für die Notfallmanagements zuständig ist und auf jeden Fall hier dann auch handelt. Und ansonsten gibt es natürlich auch wieder weitere Organisationen, wie zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz oder die Ärzte der Welt e.V. Es gibt eine Menge, Menge Spendenorganisationen. Mir persönlich wäre es ein Riesendank, wenn ihr auf jeden Fall hier diesen Menschen helfen könntet. Ich persönlich werde das natürlich auch tun, aber wenn wir auf jeden Fall hier das gemeinsam machen, dann können wir auf jeden Fall schon deutlich mehr bewegen, als wenn wir einfach gar nichts machen würden. Falls du spenden solltest, dann sei dir auf jeden Fall gedankt und ansonsten würde ich jetzt aber auch sagen, starten wir in den richtigen Teil des Videos rein. Und das erste Update, was ich euch auf jeden Fall geben kann, ist, dass nämlich Payout wieder am Start ist. Nach den kurzen Arbeiten dort ist das Ganze wieder live. Das heißt, ihr könnt das Ganze wieder über die Web-App nutzen und hier auscashen, wenn ihr das Ganze machen wollt. Ansonsten schauen wir uns noch die Drop-Details für den heutigen Comic-Drop an. Ich habe das Ganze tatsächlich jetzt heute erstmal reingenommen, weil das Ganze einfach tatsächlich kein super besonderes Comic ist. Deswegen habe ich dem ganzen Comic jetzt nicht so viel Relevanz hier vorgeschoben, das Ganze wirklich auch in einem Video gestern schon vorzustellen. Deswegen schauen wir uns das Ganze heute einmal an. Das Ganze ist Devil Dinosaur, Hashtag 1 aus dem Jahre 1978. Das Ganze wird heute um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Du wirst das Ganze, wenn du hier den Kanal auch abonniert hast und die Glocke aktiviert hast, wirst du das wahrscheinlich auch noch sehen, das Video. Aber ansonsten, das sind einmal die Cover, die wir dort sehen werden. Für alle Dinosaurier-Fans vielleicht ganz cool. Ansonsten persönlich für mich auf jeden Fall ein Skip. Nicht nur wegen den Covern, weil mir die nicht gefallen, sondern auch wegen den Preisen, worauf wir gleich nochmal eingehen werden. Ansonsten haben wir nämlich auch die First Appearance von Devil Dinosaur. Ansonsten ist das Ganze wieder eine 10.000er Auflage und die Verteilung wie immer. Ansonsten sehen wir auch schon an den Preisen hier, das ist kein wirklich krasses Comic. Es ist wirklich ein Comic, was man mögen muss, um es zu sammeln. Hier eine 9.6 für gerade mal 130 Dollar ist halt einfach ein großes Schnäppchen. Und ansonsten erlebt Pixar auch wie wie ein Comeback. Und hier nehme ich gleich mit 5 Collectibles insgesamt. Und das Ganze wird hier am Freitag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen. Und wir sehen an dieser Stelle schon mal eine Sache. Und ich glaube, für Pixar-Fans ist das hier doch ziemlich cool. Ich muss auch sagen, mir gefällt die Art an sich extrem gut. Ich persönlich werde den Drop aber nicht mitnehmen, weil er wahrscheinlich unter Droppreis gehen wird, weil wir einfach zu wenig Leute haben, die das wahrscheinlich wirklich, wirklich wollen. Aber die Art finde ich auf jeden Fall sehr ansprechend. Und ansonsten denke ich mal, der Droppreis wird so bei etwa 50 bis 40 Gems liegen. Aber ich bin auf jeden Fall auf deine Meinung gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wirst du den ganzen Job mitnehmen oder wartest du erstmal noch den Medium-Artikel ab und schaust dann, ob du ihn mitnimmst oder nicht. Ansonsten hatte ich es ja letztens schon angesprochen, MCP kommt. Dort hatten wir gerade mal die Ankündigung. Jetzt ist es aber tatsächlich auch wirklich da in dem neuen Update. Das heißt, updatet eure App. Denn jetzt ist es auch wirklich hiermit integriert. Beziehungsweise, was ich natürlich sagen muss, hier startet jetzt erstmal noch die Beta-Phase. Aber es ist auf jeden Fall drin, wie wir hier auch lesen können, im neuen Update. What's new? MCP V1 Ranks und Levels ist also part of this Code Release. Das heißt, es ist schon im Code drin. Es ist final und jetzt wird das Ganze nur noch getestet. Verbesserungen vorgenommen und dann hoffentlich in 5 bis 6 Wochen hier auch für alle verfügbar sein. Ansonsten kommen wir noch zur zweiten Whitelist-Phase und das ist tatsächlich die Whitelist-Phase von Crypto Pay-In bzw. Crypto Pay-Out. Und das soll auf jeden Fall bis jetzt auch sehr, sehr gut laufen. Denn es gibt auf jeden Fall auch schon einige weitere positive Meldungen. Hier zum Beispiel von einem User, der meinte, dass er auf jeden Fall innerhalb von wirklich 5 Minuten hier seine Gems dann hatte. Mit Ethereum hat er das Ganze bezahlt. Also wirklich laufen tut das anscheinend super. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann aussehen wird, wenn das wirklich public ist und wie viel Geld dann wirklich nochmal in die App kommt. Denn ja, über Krypto ist natürlich das teilweise dann schon sehr viel attraktiver einzuzahlen, weil wir einfach sehr viele Krypto-Fans haben, die natürlich auch NFT-Fans sind. Und deswegen hier auf jeden Fall eine sehr viel größere Adaption ist, als jetzt hier bei einem ganz normalen Volk, sage ich jetzt mal, die halt einfach NFTs zum überwiegenden Teil verteufeln. Und ansonsten war es das an dieser Stelle hier mit dem ganzen Video. Wenn dir da draußen das ganze Video gefallen hat, gebt mir das Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen mit der Klamm. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao. Bis dahin, dein Käpt'n. Bis dahin, dein Käpt'n.